Hallo liebe PCI-Bauprofis und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PCI präsentiert. Heute dürfen wir Ihnen die neueste Generation unseres Fließ-E-Strich-Mörtels PCI No-Moment Flow vorstellen. Um auch den praktischen Beweis der verbesserten Eigenschaften für Sie anzureden zu können, habe ich Ihnen unseren Servicetechniker André Merck mitgebracht. Hallo, bevor wir Ihnen jedoch die neuen Eigenschaften vorführen, dürfen wir Ihnen ein paar wichtige Kenndaten zur neuen Rezeptur vorstellen. Wie Sie wissen, haben wir bereits in der ersten Generation der PCI No-Moment Flows einen leicht verlaufenden Fließ-E-Strich für Sie entwickelt. Aber was steckt nun hinter der nächsten Generation unserer No-Moment Flows? Neu und signifikant verbessert sind die herausragenden Verlaufseigenschaften. Sie stellen sich nun bestimmt die Frage, warum wir hier Verbesserungen vorgenommen haben. Unser Ziel ist es immer, Ihnen einen Vorteil bei der Verarbeitung zu bieten. Durch die deutlich verbesserten Fließ-Eigenschaften des Produktes haben wir für Sie einen Vorteil der deutlich erhöhten Pumpleistung, das noch leichtere Einbauen und den auf ein Minimum reduzierten Nachbearbeitungsaufwand. Für Sie als Verarbeiter ergibt sich dadurch eine größere Flächenleistung bei gleichem Zeitaufwand. Das bedeutet neben einem Zeit auch ein Kostenvorteil bei der Umsetzung des Bauvorhabens. No-Moment Flow ist im Stehen zu verarbeiten, sehr leicht verlaufend und die glatte Oberfläche wird mittels Schwabbestange ausgebildet. Dadurch können Sie waagerechte, ebene Flächen schnell und einfach ohne Arbeitsaufwand erstellen. Die neue Generation von No-Moment Flow weist eine sehr schnelle Abwendezeit auf. Ist das Material eingebracht und geglättet, so ist es bereits nach sechs Stunden wieder begehbar und circa nach einem Tag mit Fliesen und Platten belegbar. Verarbeitungszeit beträgt hierbei 60 Minuten. Einbringen können Sie das Material von 20 bis 80 mm. Selbstverständlich ist No-Moment Flow sowohl als Verbund-E-Strich als auch als E-Strich auf Trennlage oder Dämmschicht verarbeitbar. Neben der konventionellen Verarbeitung ist No-Moment Flow auch bei der energetischen Sanierung zu Hause und dafür geeignet, Heiz-E-Striche auszubilden. Des Weiteren ist PCI No-Moment Flow feuchtigkeitsunempfindlich und unempfindlich gegen Frost-Tauwechsel. Daher können Sie es in sowohl innen als auch im Außenbereich bedenkenlos einsetzen. Aufgrund der Feuchtigkeitsunempfindlichkeit lässt er sich auch unter Abdichtungen in den Wassereinwirkungsklassen W2i und W3i nach der DIN 18534 ohne Probleme einsetzen. Aber nun genug von produktspezifischen Kenndaten. Wir möchten Ihnen nun im Folgenden gerne den Beweis antreten, dass wir für Sie die Flies- und die Verlaufseigenschaften deutlich verbessern konnten. Hierzu haben wir für Sie zwei Flächen vorbereitet und möchten nun die bisherige und die neu entwickelte Rezeptur direkt miteinander vergleichen. Um bestmögliche Verlaufseigenschaften und den guten Verbund zum Untergrund zu erhalten, haben wir beide Flächen mit PCI GESU Grund 404 grundiert und entsprechend Randdämmstreifen bereits angebracht. Um zu zeigen, wie schnell und einfach auch Ecken und Kanten umschlossen bzw. ausgebildet werden können, haben wir diese exemplarisch ausgebildet. Markus, wollen wir? Wollen wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.